Ja. Habt ihr gesehen? Ich wusste das. Ja! Schau dich los. Ja! Ja, wie gesagt, er wird noch. Wuh, wuh, ich kann hochspringen, wuh. Jetzt, 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 ich schau dich los. Ja. Ja. Hört auf deine Atmung. Hört auf deine Atmung. Dein Herz schlägt euch 200 Mal schon. Ja. Dreh durch. Ich schwitze vom Geldkümpchen hier mal. Hau dich raus. Ja! Ich schau mich raus. Ich schau dich raus. Ich schau dich raus. Ich schau dich raus. Ich schau dich raus. Er muss zu den Ochs. Was sagst du dazu? Ich bin gut. Ich bin gut. Nein! Ja, ich schau dich raus. T Ellie! Wie geht's nicht? Ja, ich bin doch die Frage. Komm, komm. Wo bin ich? ich habe ringschüppchen ich habe ringschüppchen ich habe ringschüppchen nein, ich bin gleich los ich kann mich einmal noch raus raus, dann bringe ich dich richtig um komm her ja ich bin gar nicht los und nein ich kann mich auswahlten und die sich für die Röder nie mehr nehmen, dass ich nicht Spiel hat seit einem halben Jahr jeden Tag ich bin auch schlecht ich lache Alex ich habe mich auswählen ich bin noch gar nicht rausgeflogen natürlich auch ich bin wo jetzt ich mache ich werde auf dich um zu ziehen ich möchte das nicht bei mir was er nur war nicht nur alle kann ich meine meine Verschwörungstheorien auch auf die Wölkungen nicht mehr nahe Prozent Prozent die Rechersteck die Welt die besten Kiel st wer weiß die Verwaltung der Verwaltung der Beine ich springe hoch er wird nämlich springen hoch und er trifft mich er für mich springen runter und er trifft mich und ich bin unter und er trifft mich ich triff mich ich muss mich er hat ja ich komme ich hole dich drauf in die Karte nein ich habe ja ja 9 die Beratung über die Bauteilung der Objekte die Erwärmung und ich glaube ich habe das hat sich die Glockenheit in der Kette die 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 Aachen die ein KT da die Klinik aber ein paar Jahre und die Spielernacht die Klinik mein Treffer nicht und aus die Kirche und schuldig und ich mich nicht kam die Zeit umgehen durch die Tochter zwischen beiden Geisteskrankungen die Klinik der auch ein Grund so ich war eben noch so gut die Garten ich war eben auch so gut wie fühlst du dich grad nicht glatt? ich schwitze ich schwitze mehr als ich jemals in mein ganzes Leben bei Sportgeschwittern weil ich die rumfreie hier weil ich dich also wüßt du deine Finger ja ich schreie die ganze Zeit da mal rum und dann müsste ich die so heiß und die so asiatischen Männer zuhören ich hab nicht ich hab nicht gemacht ich hab nicht gemacht du mit rausgeschwitzt ich hab nicht mal hier angegriffen ich wollte nicht mal jemand raushauen ich werde rausgeworfen jetzt bring noch ein um ich bring dich noch um wenn du stehen bleibst Naaaaaa jaaa 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 oh was war das? wie wäre das Niklas geworden? die letzte kam mir Kette zu sein naja es war gut oder Leute er trinkt durch der Arme aber nicht